19.30 Uhr und 43 Sekunden, hier ist Berlin und hier ist sie, ihre deutsche ZDF-Hitparade. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Hause an den Bildschirm und hier im Studio zur 78. Ausgabe ihrer ZDF-Hitparade. Wir freuen uns, Sie sagen selbst, Sie sind die fahrenden Musikanten. Hier sind Nina und Mike auf Start Nummer 1. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Wird dir noch geben, was ist mit siebzehn dir gespielt? Eine Frau von heut, das nicht begreifen kann, ist unverständlich, sagt mein Mann. Dich zu lieben, dich berühren, mein Verlangen, dich zu spüren, Deine Wärme, deine Nähe, weckt die Sehnsucht in mir auf ein lebendes Tier. Sie meinen, du und ich, wir passen nicht. Du liebst der Gäste Haus. Eine neue Liebe, die wir uns lieben. Was einmal war, ist vorbei, vergessen und seh dich näher. Eine neue Liebe, ist mir ein neues Leben. Dann heirat doch dein Büro, dann heirat doch dein Büro. Stell dir ein Bettort hinein und schlaf mit Akten und Computern ein. Oh, wie schön, dann heirat doch dein Büro. Du liebst es doch sowieso, nur dass du deine Show, dann geh und heirat doch dein Büro. Ja, 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 ja die ich nie vergesse kann, ja, ja, so blau, 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 glüten sie an, wenn man Alpen blüht, wir uns wiedersehen mit ihrem hoh, 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 roten Lippen, den ich nicht vergessen kann. Er gehört zu mir, die Gleisnade an der Tür und die Schweißer-Plattier. Er gehört zu mir. Das war sie, die 78. Ausgabe ihrer ZDF-Hit-Verrate. Das Handy-Studio wurde gestellt von Manfred Scholz von O1, Essen und Getränke von Ajit-Events an der Technik, Moritz Frölser an dem Mikrofon, Anni Bene, Sandra Hochschweiler, Luisa Mose, Moderation, Markus Sukuta, das Ganze, eine Produktion der Stage-Artists. Guten Abend! Guten Abend! gambler sound. Guten Abend! guck만! Weggs dit Untertitelung des ZDF, 2020